Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten und ja, könnte ich stundenlang machen hier, der nimmt aber gar nicht den Steg, seht ihr das? Der ist da irgendwie in der Luft und jetzt ist er in seinem Boot, beziehungsweise jetzt fährt er hier ja rüber, so ist das ja geplant und geht jetzt in die Hütte zurück, jo ok, aber wieso wirklich 6 von 6 brauche ich hier? Ja, jetzt im Moment nicht, aber ich könnte das stundenlang machen hier, wirklich stundenlang und jetzt kommt er hier oben wieder an, also ist echt schön anzusehen, muss ich sagen das Witzige ist, man steuert den über die Hütte, aber in Wirklichkeit geht er ja gar nicht in seine Hütte zurück sondern er geht natürlich dahin zurück, wo er immer hingeht, nämlich zur Meisterhütte, da pennt er, beziehungsweise, oh da pennen jetzt 2, guck mal da schlafen gerade 2, das ist ja mal das ist ja mal cool, auch nicht schlecht, ich glaube das, ah jetzt ist er aber aufgewacht wahrscheinlich hat er sie jetzt doch verschreckt, oder? Ah ne, doch nicht da, da pennen doch beide, auch nicht schlecht, naja, egal soll aber nicht Thema sein, Thema ist natürlich hier der Pass ich bin ganz, ganz unsicher, ob ich mir den Pass in diesem Monat kaufe, denn der Pass ist für mich ja, ich will es mal so sagen nicht ganz so attraktiv, ich halte mich hier irgendwie mit Spenden über Wasser, mache gar keine Angriffe ihr seht, 120 Punkte habe ich erst ein bisschen habe ich ja schon gemacht aber nicht so wirklich viel und die Rewards, muss ich sagen die hauen mich jetzt auch nicht so vom Hocker, also da war der letzte Monat sicherlich schon ein bisschen anders der Skin ist natürlich schick, also ich mag das schon mit dem Herbstoutfit, passt ja auch der Herbst kommt mit großen Schritten aber so, also wirklich, also es fehlt mir eigentlich auch gar nichts ich meine, die Bauzeiten jetzt hier in der Kaserne, die stören mich die würden mich jetzt stören, wenn ich hier viel, viel mal angreifen würde, aber auch das mache ich nicht dann würden die mich hier so ein bisschen mehr stören allerdings, ich muss mal gerade gucken ich glaube, ich muss ein paar von denen noch machen aber so wirklich stört mich das Ganze jetzt nicht so wirklich im Pass ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon draufgeklickt habt also bei Goldpass oder nicht ich bin mir im Moment nicht ganz sicher eigentlich, hatte ich ja gesagt, mit dem Thorsten und mit dem Avatar hole ich mir den jeden Monat diesen Monat bin ich mir ganz ganz unsicher ob es sich wirklich lohnt, nur der Skin ist wegen denn hier oben, oder der Boost deswegen also der Boost ist der Bauzeiten ihr seht das hier, ich habe hier noch nicht noch nicht 1 Cent reingefarmt kann ich aber auch gar nicht, weil ja hier oben alles pickepacke voll ist und solange wie da oben Gold und Silber hier über die 12 Millionen sind, beziehungsweise über die 240.000 geht da unten gar nichts rein, das heißt ich muss mich erstmal ein bisschen abfarmen lassen oder anfarmen lassen, keine Ahnung wie ich das mache und ja, ob ich mir den Goldpass jetzt hole oder nicht ich weiß es wirklich noch nicht September Season, mal sehen ich würde sagen, wir gehen kurz mal in die längste Lupe bei Clash of Clans, nämlich in die Titan Lupe und dann würde ich sagen, wenn die weg ist sehen wir uns wieder Hurra, wir haben einen Gegner gefunden hat gar nicht mal so lange gedauert aber ich habe gerade festgestellt ich habe eine komische Armee am Start macht aber nichts, mal sehen, ob wir damit ein bisschen was reißen können wir müssen ja irgendwie das Rathaus erwischen, so ein paar Punkte machen was auch immer, so genau weiß ich es auch nicht muss ich mal dazu sagen und den können wir schon mal schicken hier ah, ich habe noch einen Packer hier am Start auch noch, okay ja, ist wirklich eine ganz ganz komische Kombi die ich hier jetzt gerade habe muss ich gerade mal so feststellen und der ist schon mal kaputt dann hauen wir da schon mal so ein bisschen den den Wood-Zauber drauf eigentlich sollte Toto hat gar kein Gift dabei auch nicht schlecht Toto hat gar kein Gift dabei macht aber nichts die beiden Ballons hier die tun aber ganz schön weh, muss ich sagen die tun ganz schön weh und ich glaube, ich muss mal hier so einen Drachen hin noch einen Drachen zusätzlich hinschicken okay, da haben wir aber schon mal die eine Flanke jetzt gemacht und jetzt müssen wir allerdings gegen den Feger kämpfen das ist nicht so gut gegen den Feger kämpfe ich natürlich nicht so gerne deswegen gehen wir glaube ich von der Seite rein 1, 2, 1, 2, 3 setzen hier 1, 2 von denen noch dazu und eigentlich setzt man ja die Lunes da vor aber wir nehmen die Lunes jetzt mal im Backend denn wir haben ja noch so ein bisschen was wir haben ja noch so ein bisschen was hier einmal den hier und jetzt müssen die mal so ein bisschen wuteln hier so, ich nehme die mal einfach von hinten mal sehen also ihr wisst schon, was ich da mit meine mit von hinten so, den friezen wir einmal weg damit es nicht ganz so weh tut für unsere Lunes ah ne, da ist die alte Falle shit, shit, shit da ist die alte Falle noch komm, 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 mach das Ding da weg jawohl aber die Bombe geht jetzt hoch hat nochmal so ein paar von meinen Ballons mit weggerissen aber sieht ganz gut aus sieht ganz gut aus haben wir alle Truppen gesetzt naja so, ein bisschen trainieren müssen wir natürlich wir haben nämlich Liga wir haben ja schon Liga-Start gehabt aber bei uns hat es wieder unendlich lange gedauert bis überhaupt mal Gegner da waren aber irgendwann wird es ja glaube ich zwangsgematcht und sieht im Moment noch ganz gut glaube ich aus aber ist wie gesagt auch erst ein paar Stunden am Laufen aber meine Truppen sind doch ganz schön weit gekommen 79, 80 Prozent boah, das ist gar nicht mal so schlecht also mit so einer Armee jetzt ich glaube der Worden kann jetzt noch so ein bisschen was machen aber so wirklich komm, den lassen wir mal im Leben den lassen wir mal im Leben, den Kollegen haben ein paar Pokale gemacht und ich würde fast sagen bauen wir die nochmal nach das ist so ein bisschen Spendentruppe hier da hatte ich ja gerade gesagt ich halte mich hier so ein bisschen mit Spenden mit Spenden über Wasser hier im Pass aber immerhin habe ich schon mal schon mal wieder jetzt so ein bisschen was gemacht aber nicht wirklich viel beim Pass bin ich mir immer noch unsicher was wir da machen ich baue mal eben einmal nach ja, die Bauzeiten sind natürlich länger aber ich mache hier auch sehr wenig ich mache hier auch sehr wenig noch viel weniger mache ich hier unten da habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr obwohl, warte mal, wann habe ich da angegriffen? oh, vor 17 Stunden oh, vor 17 Stunden aber auch nicht so dolle ich habe es hier mal mit den 17er Packies probiert das funktioniert nicht so gut das funktioniert nicht so gut ich hatte mich ja doch immer so ein bisschen auf diese Armee hier eingeschossen nicht, weil ich es maxed habe sondern, weil ich damit immer am meisten Sterne geholt habe damit habe ich am meisten Sterne geholt hier unten die Luftabwehr ist im Bau das ist natürlich super dann schicken wir da mal die Kampfmaschine nicht drauf ja super perfekt aber die schießt ja erstmal nicht die Luftabwehr zwei, drei Minions lasse ich mir mal noch offen und dann können wir hier eigentlich schon schön unsere Loon schicken muss ich mal so sagen um so ein bisschen die Kanone da hinten abzulenken beziehungsweise die Tonne so ein bisschen abzulenken ah, meine Kampfmaschine ist jetzt schon gestorben aber die 30er Kampfmaschine geht schon ganz gut durch und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in der Mitte in jedem Fall die Meisterhütte kriegen aber da ist die Meisterhütte 30 aber erst 30% oh, das ist wenig, das ist wenig Entschuldigt Entschuldigt bitte da musste ich euch das mal eben wegkitten oder cutten ah, sind doch noch ein paar Prozent mehr geworden nicht, dass ich mich gerade so aufgeregt habe dass ich nur so ein paar Prozent hole ein paar Prozent ist gut 74 sind schon mal geworden also gar nicht mal schlecht und die sind noch ganz gut dabei hier hinten kriegt die Luftabwehr den hier nicht okay ja dann können wir hier ein bisschen wenigstens hier unten im Nachtdorf noch ein bisschen was machen aber der ist auch schon ein bisschen weiter als ich sehe ich gerade da muss ich mich ein bisschen sputen dass ich auch mal ein bisschen update dort beziehungsweise mal ein bisschen vorankomme wenn man das Hauptdorf schon nicht spielt kann man das Nachtdorf vielleicht ein bisschen pushen oder so hält sich hier etwa die Waage und mit den anderen Accounts bin ich ja auch im in laufenden CKs beziehungsweise in der laufenden Liga den muss ich euch, glaube ich doch cutte ich euch den ah, nee, der wird jetzt eher abgeschossen, glaube ich aber der macht ganz schön viel Schaden so ein Einzelner Prost übrigens, das ist ein Kaffee und ja sonst wird er mir ewig mir wird ewig ein Kaffee kalt bei einer Aufnahme 80% mal sehen, ob es gereicht hat mal schauen jawohl, hat gereicht Victory was hat er genommen auch nur Maxi alter Falter 56% okay, vielleicht hält man die Base ja doch mal ein bisschen besser aber ich hatte ja eben gesagt wir sind schon in der Liga und schnüffeln da schnüffeln wir mal kurz mal rein und gucken mal wie wir uns da schlagen jawohl oh, drei Sterne ein Angriff perfekt gar nicht mal schlecht guter Start, würde ich sagen in die Liga gucken wir gleich mal rein der Newtown hier hat das Ganze gemacht gegen diese Base hier mit mit Hawks Hawks werden im Moment ohne Ende auf Rathaus Level 12 genommen auch bei uns auch ich nutze sie immer mal wieder in den Clan-Kriegs-Angriffen aber so ein bisschen sind mir die Drachen da für irgendwo vielleicht stabile zwei Sterne doch ein bisschen sicherer ich meine die können auch mal scheiße fliegen habe ich heute auch schon gesehen dass die auch mal ein bisschen daneben fliegen können oder halt sie halten sich etwas länger an einem Eisroblem auf und die ganze Zeit schießt vielleicht eine Luftabwehr drauf oder so habe ich heute alles schon gesehen alles schon gesehen aber mal sehen wie er das hier gemacht hat schön dieses Rechteck hier rausgenommen mit seinem Kill-Squad und bis zum Adler kommt er natürlich nicht viele sagen ja ja erstmal einen Adler rausnehmen mit den Hawks aber ein Tod musste sterben und er ist ja halt den Tod gestorben erstmal das Rathaus mitnehmen da waren auch drei Bomben seht er da gerade noch so die einen die Krater und ist natürlich super wenn du dann mit Hawks kommst und hast schon mal drei Bomben eigentlich ausgelöst oh da sind auch noch mal zwei glaube ich gerade gewesen unten und jetzt muss er aber ja jetzt hat er noch einen Heilzauber mal sehen aber die Hawks sind so ein bisschen so wie die meiner habe ich manchmal das Gefühl du siehst du dann gerade wenn die Heilkreise jetzt gerade so sind dann siehst du die nicht nicht immer unbedingt ich gehe mal einen näher für euch rein hier das was gerade noch so mitkriegen wie eng das hier eigentlich geworden ist denn da ist ja doch noch ein bisschen Defense sehe ich gerade aber die Helden die sind ja komplett durchgegangen alter die Helden sind komplett durchgegangen und die Hawks teilen sich jetzt noch mal ganz kurz die bleiben natürlich immer ganz ganz kurz mal stehen ich glaube ich muss das Fenster doch mal zumachen da fangen die hier mitten da fangen die mitten in meiner Aufnahme an hier unten zu flexen das ist natürlich nichts musste ich kurz mal das Fenster einmal zu machen und ah ja ok jetzt hat er ganz ganz spät erst die Queen gezündet ich habe jetzt so ein bisschen natürlich verpasst aber ist nicht so schlimm hinten ist noch eine Bauhütte hat auch nichts in den Ecken vergessen ja wunderbar also guter Start hier für uns in die Liga freue ich mich natürlich das ist ja ich wollte gerade ich mache ich mache diesmal keine Folge auf geht zu Champion 1 das habe ich jetzt schon zweimal gemacht und zweimal haben wir verkackt aber sieht noch ganz gut aus hier in der Liga selber glaube ich haben wir hier keinen deutschen Clan erwische ich gucke mal Dream Factory könnte natürlich ein deutscher Clan sein ist es aber nicht in den anderen Clans wo ich dann so abhänge dort haben wir teilweise auch deutsche Clans mit da drin Karas und dann schwätze mit Soos ja wir haben ja erst einen Angriff gemacht die anderen sind schon schon ein bisschen weiter 14 Sterne 21 ja es sieht noch ganz gut aus es sieht noch ganz gut aus ich habe auch gar nicht geguckt wie wir in den anderen Clans so gerankt sind aber hier startet das Ganze auch erst 17 Stunden 59 läuft der hier noch also es ist wieder eine unmögliche Zeit muss ich sagen aber mal sehen wir werden sicherlich was in den Livestreams sehen ich werde auch den ein oder anderen Angriff sicherlich wieder hierauf aufnehmen aber Frage war ja eigentlich holen wir uns den Pass oder nicht ich bin mir wirklich sehr sehr unsicher und ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben ob ihr euch den Pass geholt habt und warum ihr euch den Pass geholt habt oder aber warum ihr euch den Pass ausgerechnet in diesem Monat nicht holt weil euch der Herbst nicht gefällt oder so weiß ich nicht ja es geht ja dann Herbst Winter viele mögen eher die warmen Jahreszeiten aber ich muss sagen der Herbst ist eigentlich ganz schön kann ja auch nochmal schön werden aber ich glaube gutes Wetter hatten wir auch genug wenn euch die Folge gefallen hat lasst mir am Ende einfach einen Daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen Glocke anstellen und dann sehen wir uns in weiteren Videos bis dahin euer Toto Flasht 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 und подпис Bis zum nächsten Mal.